Wache, melden Sie der Direktorin, dass ich Sie zu sprechen wünsche. Wissen Sie, wo Sie sich zurzeit befindet? Nein, Senior. Nein? Veranlassen Sie sofort, dass Sie... Herr Gouverneur, Ihr Besuch war mir nicht angekündigt. Wir kommen sofort zu Ihnen runter, Exzellenz. Nein, bitte bemühen Sie sich nicht. Ich springe schnell zu Ihnen rauf. Und entschuldigen Sie, dass ich unangemeldet komme. Aber wichtige Umstände... Nun, wie geht es Ihnen, meine lieben Freunde? Ist die Sache wirklich so wichtig, Herr Gouverneur? Ich denke schon. Vor allem, weil sie äußerst unangenehme Folgen haben könnte für Sie. Lesen Sie. Exzellenz, in der Isolierzelle im Turm foltert man täglich Gefangene. Erlangen Sie von der Direktorin, dass Ihnen Einblick gewährt. Helfen Sie uns. Ich möchte wissen, wer sich erdreistet hier... Zweifellos eine Ihrer Gefangenen. Dann hätten Sie also die Möglichkeit, Kassiber rauszuschmuggeln. Ich bedauere den peinlichen Vorfall. Ich verspreche Ihnen, dass so etwas nicht wieder vorkommt, Herr Gouverneur. Und zwar in Ihrem eigensten Interesse, nicht etwa in dem meinen. Der nächste Brief könnte an die falsche Adresse geraten. Also, irgendwoher kenne ich diese Schrift. Ich muss in meinen Unterlagen recherchieren. Ich finde das raus. Ich kenne euch, ihr kennt mich. Ihr wisst, dass ich große Worte und feierliche Reden verabscheue. Dass ich nie mit dem erhobenen Zeigefinger vor euch stehe. Durch ein trauriges Vorkommnis sehe ich mich gezwungen, euch hier zusammenzuführen.